Ich hoffe, mit der Steuerung ist auch nicht klar. Mhm. Ah, jetzt habe ich Doppel-F gedrückt. Das ist das, Alter. Kann sich ja jetzt zu uns porten. Mhm. Ich habe es dunkel. Ja, das stimmt. Das liegt einfach daran, dass wir unsere Upgrades, unsere Nicht-Upgrades leider nicht mehr drin haben. Hier waren wir schon, oder? Seid ihr bei Mr. Black zu Hause? Äh, ja, das ist ein Hyper-Klanet. Deswegen ist das ja auch so dunkel. Äh, so dunkel ist es bei mir gar nicht. Ich habe tatsächlich fast weiß gestrichene Wände. Fast weiß, sagt er. Fast weiß. Ein Trazid. Ja gut, schwarz ist quasi auch fast weiß. Ja. Ja, und das coole Vorkommen erinnere ich mich. Erinnere ich mich. Ich glaube, hier waren wir schon. Na, dann kommen wir ja zu deinem Schiffchen. Ja. Das Schiff steht auch direkt in Position. Das heißt, da können wir drauf und dringend wieder runter. Ja. Die Pleumelch ist auch richtig. Ja, was anderes kannst du auch nicht machen. Okay. Essen stimmt. Was war. Hin und wieder muss man halten haben. Zu sich nehmen. Mhm. Oh, das Ding wollte ich gar nicht mitnehmen. Mh, bü, bü, bü. Halt. Na, kein Platz mehr. Okay, da musst du doch da rein. Falls, falls sich jemand wundert, die Folterkammer habe ich gerade aktuell auf dem Raumschiff dabei. Wo wieso Wunder? Feuerwerk! Ein Lagerfeuer auf dem, ungefähr noch, bereits. Ja, kann ich demnächst mitbringen. Demnächst. Sorry, gerade ist Lagerfeuer... Ist leider... Ich habe das Lagerfeuer in meiner Tasche. Genau, im Darkoom. Hallo? Aus der Batterie? Nope. Ich habe das Lagerfeuer in meiner Tasche. Ich fliege dich ein. Könnte sein, wenn du dich... Da ist es dem Aktiviertel. Ah. Ach so, ist das schon los, ne? Ich will nicht so dumm rumstehen. Äh, da drüben rennt irgendwo der... Ja. Hauptgegner rum. Jetzt können wir, glaube ich, die Clues suchen. Zum Beispiel hier. Ja, ich finde ganz viele Clues hier auf dem Klo. Hauptsächlich dafür, dass... keine Putzperson mehr lange hier war. Welche Clues war das jetzt eigentlich? Ich habe mich zum Satz teleportiert. Ich muss nochmal zu euch, äh, fliegen. Ich hätte eigentlich auch nur ein Clues jetzt, aber ich kriege Travel to irgendwo hin. Ja, ich bin jetzt bei der Haupt-Quest. Okay. Fetched Avian Artefakt hat er mich jetzt geswitcht. Nö, nö. Wie heißt deine Quest? Bei mir ist aktiv... Äh, Sparklord Hawkins. Äh, okay. Sparklord Hawkins. Ja gut. Die kann ich... Die habe ich immerhin. Heinch Traverse. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das die richtige ist. Es ist zumindest eine der Questen. Wir werden es schon rausfinden. Lecky, hast du die auch? Äh, ich muss jetzt hint... Traverse. Ja, dann. Dann kann ich uns ja da hinfliegen. Hint Traverse. Nein, ich will... Rauskommen. Hint Traverse. Da hin. Schiff hältst du an? Bitte, danke. Geht doch. Das nennt sich... Hyperraubschlaf. Ja, ich weiß, der war schlecht. Wir haben nichts anderes erwartet. Ich weiß. Und ich kann eure Erwartungen auch nicht... Also... Ich muss sie erfüllen. Natürlich. Ich hatte keine Erwartungen und sie wurden nicht erfüllt. Ja. Na dann. Ohne. Batterien, drei Stück da oben. Braucht keine. Sonst sammle ich mich mal das Gedöns ein. Achtung. Übermehr. Ah, hier ist eine Space Hideout. Ich bin bereit, zu sprechen. Da ist ein Icarus 2. Alles klar. Na dann. Bewege ich das Raumschiffchen schonmal. Ach wunderbar. Da müssen wir eh für andere Quests hin. Das schließt sich ja super an. Icarus 2. Ah. Icarus 2, ah. So, Möhrchen. 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 Da liegt noch Möhrchen. du mal lieber das mörchen ja der sekundär ziel kommen wir wieder zur planet vor tage signatures kommt zu wegen dem sekundär ja 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 ich bin ja schon unterwegs ich glaube das war eine request ja das war sekundär das war auch eines der bautys dann brauchen wir ein stich wählen wir müssen die unter ich habe keine ahnung wo ich mich in gerade ich habe dort unser primär ziel vielleicht reden wir einfach mal mit ihm er liefern dann fragen erika was ist denn ein akkordeon und einer high pitch microphone ist klar wir haben der musikinstrumente ja ins musik somente als wir alleine spielen können merkt er das wir sollen wir so wie man das vom letzten planeten wer will was auch immer es ist ich weiß es nicht wenn es kein tripper ist ja den nehme ich gern wollen wir die planeten noch weiter ich gehe nach links ich gehe zum ich gehe mal mit ihr weil das weg ist ok wenn ihr nach links geht dann komme ich mal mit 2x kram war die letzte bingsel genau gut viel gut jeder beliebt ich gehe mal mit endlich eine uhr für die küche aufwand dieses kohle vorkommen kommt eben kein vor was bist du bei aus der bist du war toll was will ich mit bio samples hallo warum Warum? Warum? Da habe ich tatsächlich aus dem See drauf geschossen. Ah, wir sind wieder im Augen-Wunderland. Schön. Guck dir das an. Hier gibt es viel zu gucken. Deswegen ist eins davon Spaß. Du kannst einen Stock nehmen und in die Augen reinpiksen. Und wenn du beim letzten angekommen bist, hat sich das erste Schuljahr erholt. Du kannst von vorne anfangen. Juhu. Ja komm. In die Radioactive Execution Zone. Genau. Der will nicht in die Radioactive Execution Zone. Ah, ein Eggshort. No Tentakels. Keine Seeds, ansonsten würde ich es haben wollen. Das ist ein großer Schrank und nichts dran. Das ist ein großer Schrank und nichts dran. Das ist ein großer Schrank und nichts dran. Ja. Jupp. Jupp. Nein. Ja. diese kiste übersehen und technik ist du was damit gemacht ich sollte man nicht kennen dass ich halte die gibt es auch augen an den wänden ja das stimmt und da kann man auch und oft reinstechen ein bisschen tanzten und updaten holt da fällt mir ein jemand wurde doch eine kochstelle für uns haben ist schon lange installiert wir haben schon im raumschiff ja aber jetzt habe ich eine gabe eine bessere kochstelle für das raumschiff soll die waffe auswählen kann ich da unten die putzen nimmt die zeit und bilder komplett raus dann kann ich sein hier ist alles voll zeug dann habe ich übersehen ne da unten war eine kleine truhe richtig hier wo ich jetzt bin ja ja da ist nix drin hier in der oberen ja die haben weil ich sie mitgenommen habe ja klar die kleine habe ich tatsächlich übersehen schockig 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 Hier kommt er sich weh. Ach komm. Nehmen wir doch den Außenweg. Wow.